Snagit kann nicht nur Bildschirmfotos erstellen und diese Bilder bearbeiten, in welcher Form auch immer, sondern es gibt auch eine Konvertierungsfunktion, mit der Sie mehrere Bilder auf einmal in ein anderes Format, eine andere Größe etc. konvertieren können, eine sogenannte Stapelfunktionalität. In meinen zuletzt benutzten Bildern wähle ich einfach mal die letzten fünf aus, die sind aus der TechSmith Bibliothek, das heißt von der Webseite library.techsmith.com. Man sieht, wenn man drüber hoffert mit der Maus, die Bilder sind relativ groß, aber auch unterschiedlich. Hier zum Beispiel 9000 mal 6000 Pixel, hier bei diesem Bild 6000 mal 4000 und so weiter, 5760 mal was auch immer. Ich habe die also ausgewählt, gehe dann in das Menü Datei, Exportieren und erhalte jetzt hier einen Export-Dialog, dem ich auch noch weitere Dateien hinzufügen könnte, wenn ich was vergessen habe, aber mir reichen erstmal diese fünf Dateien. Ich klicke auf Weiter und erhalte jetzt hier die Möglichkeit, verschiedene Effekte zuzuweisen. Als erstes möchte ich, dass die Bilder später in schwarz-weiß bzw. in grau Stufen dargestellt werden. Ich wähle also hier Farbmodus Graustufen. Gleichzeitig möchte ich, dass die Bilder alle im Full-HD-Format sind, weil ich sie später im PowerPoint verwenden möchte. Ich wähle also hier Bildskalierung und dann Bildgröße anpassen. Dort kann ich jetzt zum Beispiel eine bestimmte Größe einstellen. Ich könnte auch eine prozentuale Skalierung machen, dann alle Bilder 50% kleiner, aber da die Bilder unterschiedlich groß sind, lege ich hier eine bestimmte Größe an, nämlich diese Full-HD-Größe. Bestätige mit OK. Es gibt hier noch weitere Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel ein Info einfügen, ich kann die Elemente drehen, ich könnte einen Rahmen hinzufügen oder Randeffekte. Vielleicht kennen Sie aus anderen Tutorials diesen gerissenen Rand. Ich könnte ein Wasserzeichen einfügen etc. pp. Mir soll das aber reichen. Ich klicke dann auf Weiter, wähle einen Ordner aus, hier in dem Desktop und kann hier jetzt auch noch das Dateiformat bestimmen, nämlich png. Klicke hier auf automatischer Dateiname Optionen und möchte hier die vorselbe ppt mit einem Bindestrich haben und dann die Anzahl der Stellen zwei. Ich habe ja nur fünf Bilder, vielleicht werden es auch mal 20, aber mehr brauche ich nicht. Auch hier gibt es noch diverse Möglichkeiten von Systemzeit über Monat und so weiter einzugeben. Mir reicht aber die Vorsilbe und die Nummerierung. Allerdings soll die Nummerierung bei 1 anfangen und nicht bei 0. Bestätige mit OK. Klicke auf Weiter und dann auf Fertigstellen. Jetzt werden diese Dateien konvertiert und wenn ich mir dann den Ordner anschaue, sieht man hier sind die fünf Bilder. Wenn ich mit der Maus drüber habe, sehe ich 1920 x 1080, alle in der richtigen Größe. Allerdings muss man das immer noch mal kontrollieren, weil natürlich die Bilder einfach zugeschnitten werden, so wie es halt entsprechend passt. Bei diesen Bildern hier hat das gut geklappt. Das kann aber auch an der falschen Stelle dann etwas fehlen. Eine ganz einfache Möglichkeit, viele Bilder, das waren jetzt fünf, da geht das noch, aber ich könnte auch 300 Bilder dort auf einmal konvertieren. Mann, wenn die Schnitzel diciendo, soll sie mir vier. Mann, wenn die Welt Studios noch was, ich kriege mich elsewhere. Ich bin noch ohne einen Clenden. Also bin ich letztlich Miss de Corinna. euch es falter und